geht da rein da ist er klasse rangekommen ja da war er zur stelle sehr gut hingehechtet hat genau den richtigen zeitpunkt drüber buschi kein tor aber das werden sehenswerter treffer gewesen vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel kraft reingelegt in die ball läuft hervorragend bei barcelona schoss zur führung tor für barcelona da ist das 1 0 da ist der erste treffer in diesem heutigen derby da ist der jubel natürlich groß gute chance so tor für barcelona und damit beträgt der vorsprung hier zwei tore schöner pass gut in den lauf gespielt die chance tor für barcelona da hat er die chance ist es der ball ist drin er zeigt dir eine richtig starke leistung buschi ja das hätte gerade tor nummer drei sein können ausnahmsweise vergibt er mal was macht er draus das ist heute sein spiel er macht sein drittes tor klasse federico valverde gefährlich und da ist das tor ja gut gemacht flanke kommt harter schuss aber bei dem store knappe angelegenheit also da wirklich nicht viel gefehlt klatsch da prallt er vom pfosten zurück ins spiel was macht er draus und da ist das tor und da haben wir es das tor er ist frei da kann was draus werden den lupfter klasse treffer Dembélé Tor durch Dembélé Wieder mal, ein tolles Tor, das ist schon beeindruckend, wie er das macht Untertitelung des ZDF, 2020